Herzlichen Dank Max Proser, vielen Dank euch allen, die ihr hier mitgemacht habt. Danke für die Einstimmung, wie ich hörte, ist auch am Potsdamer Platz soweit klar, dass die Leute hier rübergekommen sind. Ihr wisst ursprünglich war die Demo für dort angemeldet. Aufgrund, sagen wir mal, Unfähigkeiten bei Berliner Ämtern war damals, als wir die Demo anmeldeten, nicht weitergegeben worden, dass der Platz schon belegt war, deshalb ist es umgestellt. Vorhin habe ich erwähnt, wer alles noch hier auftritt und spielt und ich kann jetzt nachreichen, DJ Barbie wird den Ausklang machen. Ich hatte es eben nicht auf meinem Zettel stehen und die langen URLs zum Mittippen für Leute, die mitlesen wollen, da ist irgendwo, auf der linken Seite soll ein Zettel improvisiert sein, wo die draufstehen. Ich sehe, es werden immer mehr Leute. Ihm gerade dachte ich ja, hui, das könnten noch ein paar mehr werden, aber es werden mehr und mehr. Ich glaube, dass das Thema Überwachung mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist. Was soll man denn noch mehr machen, als jemanden finden, einen Whistleblower wie Edward Snowden, der in meinen Augen ein Held ist? Vielen Dank, Edward Snowden! Und glaubt mir, das Wort Held nehme ich nicht leichtfertig in den Mund. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!